wir sind super hässlich deshalb helft uns schaut euch das was ab video an da geht es richtig rund hallo und herzlich willkommen zum neuen video heute erzähle ich euch ein bisschen was von unserer neuen mucke und zwar die neue mucke ist kurz vor der fertigstellung wir werden nächste woche alles ans presswerk schicken und da wird das zu puren diamant gepresst oder zu blattgold auf jeden fall wird es total lecker und es wird extrem heftig ich kann ich muss euch vorwarnen es wird heftig ganz heftig und ganz heftig ist es auch dass die slave crew auf www.slavecrew.de als allererste einen vorgeschmack auf das ganze kriegen wie er merkt ich bin ein wenig ist aber egal ein vorgeschmack auf das ganze kriegen wird also www.slavecrew.de solltet ihr euch anmelden wenn ihr bock darauf habt wir haben derzeit eine crowdfunding kampagne auf startnext.de laufen diese crowdfunding kampagne beschäftigt sich damit geld zusammen für ein geiles animiertes musikvideo zu unserem nächsten album wir haben nämlich echt keinen bock euch mit diesem standard scheiß zu langweilen und uns auch damit zu langweilen ich kann es nicht mehr sehen irgendein scheiß band irgendeiner alten ranzischen fabrik oder auf einer bühne vor nicht publikum die rum playback ich habe keinen bock mehr wie diese scheiße anzugucken ernsthaft deshalb gibt es das von uns auch nicht mehr wir lassen uns zeichnen weil ganz ehrlich also ich will mich nicht noch mal weiter auf video sehen aber tue ich ja gerade was dafür egal auf jeden fall gibt es ein super geiles animiertes video und dafür brauchen wir kohle weil das ist richtig teuer und deshalb brauchen wir eure unterstützung und wir haben richtig geile dankeschön ist es ausgedacht ihr könnt zum beispiel im video mitspielen das heißt ihr werdet auch super geil gezeichnet und animiert oder er kriegt zum beispiel das neue album als download vor dem release wir backen kekse für euch haltet euch fest wir backen kekse für euch und auch sonst noch ein haufen geiler scheiß wie zum beispiel der brille listening party im proberaum ihr solltet euch unten den link anschauen dort hingehen fan werden und um himmels willen unterstützen was das zeug hält dass wir das geile video umsetzen können und dass ihr diese hammer mäßigen dankeschöns abgreifen könnt schaut euch an das wird richtig geil bald ist weihnachten es weihnachtet bereits sehr auch bei uns weihnachtet ist sehr wir haben nämlich für euch eine special weihnachtsaktion gemacht in unserem shop alles für einen zehner ihr bekommt alle alben jeweils für ein zehner alle shirts jeweils für ein zehner und die lp auch für ein zehner alles in unserem shop den link seht ihr da unten ihr solltet wirklich euch mal was können kauft euch am ort schönes oder verschenkt doch mal was schönes alles für ein zehner hallo das ist günstiger als alles was er sonst irgendwo kriegen können und geiler also geht auf den shop kauft euch den scheiß und hat man schönes weihnachtsfest meine lieben freunde nicht labern sondern machen das machen wir jetzt bereits im dritten jahr auch in der weihnachtszeit haben wir eine spendenaktion laufen wo wir videos jeden mittwoch dieses mal videos posten die ihr dann bitte teilen mögt und für jedes mal teilen spenden wir einen euro in einen topf oder geben wir der dem kinder hospiz sah für die musiktherapie und deshalb jeden mittwoch einfach mal auf die gottslave seite schauen bis weihnachten also haben wir noch zwei aktionen und dort das video teilen wie bescheuert wie bescheuert weil das geld geht nämlich dann eins zu eins jeden jeden share ein euro eins zu eins an des kinder hospiz also leute macht damit nicht labern machen das war es mal wieder für heute mit dem usa hat video ihr wisst genau bescheid hier daumen nach oben teilt den scheiß kommentiert den scheiß und worship the cat und schau dir in anderen videos an diesem genauso cool berger